Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen Urheberrecht, Picture Alliance, CITY, PRESS24, das sind die drei Neuen in der Nationalmannschaft, Kai Havertz, Nico Schulz und Thilo Perra sind die Neuen in der Nationalelf. Nach dem WM-Debakel rücken Sie für Kedira, Özil und Plattenhard ins Team. Deren Rückennummern erhalten allerdings andere. Anonym. Blinkt dieses Wort auf dem Smartphone eines Fußballprofis auf, legt dieser es meist direkt wieder weg. Zu groß die Gefahr, dass es ein nerviger Anruf von jemandem ist, der irgendwie die Nummer herausbekommen hat. Dienstagabend klingelte es bei Nico Schulz, die Nummer sagte ihm nichts. In der Leitung, Bundestrainer Joachim Löw. Er hatte die Nummer zum Glück nicht unterdrückt, sonst hätte ich den Anruf wahrscheinlich ignoriert, sagt der Profi der TSG Hoffenheim Donnerstagmittag im Gespräch mit Welt und lacht. Jetzt ist Löws Nummer bei ihm gespeichert. Schulz bildet mit Kai Havertz und Thilo Perra das neue Trio in der Nationalmannschaft. Alle sind erstmals nominiert und gehören dem Aufgebot für das Spiel in der Nations League gegen Frankreich am Donnerstag in München und dem Test gegen Peru in Sinsheim drei Tage später an. Sie sollen Druck auf die etablierten Spieler ausüben und nach dem WM-Debakel eine neue Etappe einläuten. Er hat mir gesagt, dass ich mir die Berufung durch die Leistungen in der vergangenen Saison verdient habe, so Schulz über das Gespräch mit Löw, das recht kurz gewesen sei. Er erhält die Trikot-Nummer 14 von Leon Goretzka, der künftig die Sechs trägt, welche bisher dem Aussortieren Sami Khedira gehörte. Mit 25 Jahren ist Schulz der Älteste der Neun, ein Spätberuf in A. Er durchlief von der U15 an alle Jugendnationalmannschaften und galt bereits bei Hertha BSC als vielversprechendes Talent. Dass sein Durchbruch verhältnismäßig spät kam, lag am Verletzungsbech. 2015 war er mit großen Ambitionen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und riss sich dort in einem Testspiel das Kreuzband. Er fiel den Rest der Saison aus. 2017 unterschrieb Schulz bei Hoffenheim und überzeugte. In den kommenden Monaten wird er mit dem Klub in der Champions League beweisen können, dass er für das ganz hohe internationalen Niveau bereit ist. Löw beobachtete ihn zuletzt beim 1 zu 3 der TSG gegen den FC Bayern. Schulz stand besonders im Fokus, weil Münchens Jungstark Kingsley kommen nach einem Zweikampf mit ihm verletzt raus musste und nun wochenlang ausfällt. Kuhn macht seinem Gegenspieler aber keine Vorwürfe. Ich habe ihm sofort nach dem Spiel eine SMS geschrieben. Er hat sich gefreut und gemeint, dass alles okay sei. Er ist verständlicherweise sehr geknickt, was ich verstehen kann, so Schulz. Er sei unter Julian Nagelsmann taktisch sehr gereift. Der Bundestrainer sieht in ihm einen modernen Außenspieler, gerade für die linke Seite, der schnell ist und präzise Flanken schlagen kann. Welche Chancen er sich für die neue Woche ausrechnet? Schulz, ich bin eingeladen worden, also würde ich natürlich auch gern spielen, erhebe darauf aber keinen Anspruch. Vor dem WM aus hatte Schulz noch mit seinem Kumpel Marvin Plattenhardt von Hertha geflaxt, wer zur WM fahren werde. Löw entschied sich für Plattenhardt, der nun außen vor ist. Ist Schulz froh, dass er an dem WM-Debakel nicht beteiligt war? Im Nachhinein könnte man das vielleicht so sehen. Doch ich wäre natürlich schon gern nach Russland mitgefahren. Allerdings war das nie wirklich ein Thema für mich. Platte hatte sich das verdient. Der deutsche Fußball sei gut aufgestellt. Jedem Verein ist bewusst, dass in England das große Geld ist. Deshalb wissen hier alle, dass sie auf die Jugend setzen müssen und die Nachwuchsarbeit nicht vernachlässigen dürfen, so Schulz. Havertz, der potenzielle Weltstar Havertz ist ein perfektes Beispiel für gelungene Talentförderung. Ein Traum wird wahr, sagt der 19-Jährige von Bayer Leverkusen über seine Nominierung, die aufgrund seiner Leistungen zuletzt und seines enormen Potenzials nicht überraschend kam. Vor zwei Jahren spielte Havertz im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen erstmals in der Bundesliga. Seither kommt er auf 55 Spiele, 7 Tore und 22 Torbeteiligungen, so viele, wie kein anderer in diesem Alter in der Liga-Geschichte. Bereits in der Jugend war Havertz so gut, dass er zwei Jahrgänge übersprang, schon in der U8 waren große Clubs an ihm interessiert. Seine Familie hatte Dauerkarten für alle Maniachen, zudem war Havertz-Fan des FC Barcelona und schaute sich im Fernsehen viel von Ronaldinho ab. Sein Trainer Heiko Hellig lobt ihn als das größte Talent, das ich seit Toni Kroos gesehen habe. Ich habe schon vor der WM gedacht, dass so ein Spieler der Mannschaft hätte weiterhelfen und lernen können. Vor dem Spiel gegen Peru wird Havertz die Fritz-Walter-Medaille als bester deutscher Nachwuchsspieler erhalten, seine Spielweise erinnert an Michael Ballack. Was er spielerisch, technisch und auch im Kopf leistet, ist teilweise grandios. Er ist so talentiert, dass er das Zeug hat, ein Weltstar zu werden, so Teamkollege Julian Brandt. Havertz ist spielintelligent und kopfballstark, kann seine Stärken im offensiven Mittelfeld sehr gut einbringen und hat auch schon als Sechser gespielt. Im Gegensatz zu anderen Spielern in seinem Alter besticht er durch Konstanz in seinen Leistungen. Über die EM 2020 sagte er bei Spox, da bin ich dann 21. In diesem Alter kann man schon die Ambition haben, bei einer Europameisterschaft dabei zu sein. Ich versuche, in diesen zwei Jahren so Gas zu geben, damit ich mich ins Blickfeld spiele. Für seinen Kollegen Thilo Kerra sind es besonders aufregende Wochen. Gerade erst ist er für knapp 40 Millionen Euro vom FC Schale 04 zu Paris Saint-Germain gewechselt, jetzt steht er auch noch vor seinem Debüt für Deutschland. Der 21-Jährige ist vielseitig einsetzbar, vor allem in der Innenverteidigung, auf den Außenpositionen der Abwehrkette und im defensiven Mittelfeld. Ich freue mich mega über meine Nominierung, so der Jungprofi, der bei Löw die Trikot Nr. 12 bekommt. Die Nr. 10, die Mesut Özil trug, erhält Brandt. Mehr auf MSN Feedback an MSN senden, was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website